Yo Leute, was geht ab? Hier wieder euer iCode und heute gibt es kein Gameplay, kein Kommentieren, heute gibt es FIFA News, denn EA bringt einen neuen Patch raus für FIFA 19. Ich glaube, es ist langsam wirklich an der Zeit, gewisse Sachen zu verändern und was in diesem Patch alles drin ist, erfahrt ihr jetzt. Der Patch beinhaltet folgende Punkte. Es geht um den Torwart, es geht um die Abwehr, es geht um die Schüsse und es geht um den Karrieremodus und natürlich gibt es im Ultimate Team Modus spezielle Sachen. Ganz, ganz wichtig natürlich, 50 neue Bilder von den Spielergesichtern, wo ich jetzt natürlich aktuell in der Verfassung bin, wo ich sage, die Gesichter sind mir egal, bringt die Server hin und das Gameplay perfekt hin und ich bin zufrieden. Bei den Torhütern, wissen wir glaube ich alle, gab es wirklich viel, was man bemängeln konnte. Die Torhüter kamen teilweise wirklich dumm rüber. Wenn der Ball in der Nähe war, dass man den Ball nicht wirklich angenommen hat, dass der Ball nicht genau angenommen wurde oder wenn man irgendwie den Ball als Torhüter bekommen hat und man ihn eigentlich aufnehmen kann, der blind weggefaustet oder beziehungsweise weggeschossen wurde, dass man das Gefühl hatte, dass der Torhüter nicht wirklich weiß, dass der Ball in der Nähe ist oder überhaupt, was er mit dem Ball anfangen soll. Diese Fehler sollten nach diesem Patch hoffentlich Geschichte sein. In der Abwehr ist es nämlich so, dass es teilweise egal war oder irgendwie sehr komisch war, ob der Verteidiger jetzt von hinten kam, von vorne kam, hat sich dabei nicht wirklich großartig was geändert. Jetzt soll es so sein, dass wenn der Verteidiger von vorne kommt, das Ganze definitiv erfolgreicher und effizienter sein soll, als wenn du von hinten kommst. Von der Seite haben wir ebenfalls das Problem, dass die Stürmer oder überhaupt die Spieler, die im Angriff waren, von der Seite viel zu leicht abgedrängt wurden und genau das soll auch gepatcht werden und da soll es nämlich so sein, dass da auf jeden Fall der Stärkewert entscheidend sein soll. Der Fake Shot. Wir wissen alle, es gibt ja mit dem L1 und Schussantäuschen, diesen speziellen Fake Shot, womit man einen richtigen Speed Boost bekommen hat, der soll auch gepatcht werden, das heißt dieser Speed Boost soll reduziert werden. Für die Nutzung selber fand man das eigentlich ganz gut. Ich fand eigentlich, dass man das auch ganz gut verteidigen konnte, aber das wird eben gepatcht. Dann gab es noch einen Punkt und zwar bei hohen Bällen konnte man den Spieler, der eigentlich zur Abwehr gedacht ist, viel zu spät erst anwählen, wodurch man natürlich immer einen Nachteil hatte, weil der Stürmer so gesehen sich schon richtig positionieren konnte oder Richtung Ball laufen konnte und man als Abwehrspieler oder so gar keine Möglichkeit hatte, überhaupt sich in Stellung zu stellen. In Stellung zu stellen, ja genau. Was ich aber auch hoffe ist, bei Spielerwechsel, dass teilweise das wirklich nicht nur bei hohen Bällen gepatcht wird, sondern wenn der Ball mal irgendwie frei liegt, dass man dann aktiv vielleicht nochmal einen Spielerwechsel durchziehen kann, damit der, der in der Nähe ist, den Ball auch kriegt, weil mir sehr oft schon zum Beispiel passiert ist, dass ich mit einem Spieler hinlaufe, der viel zu weit weg ist, obwohl einer schon viel näher dran ist und ich einfach nicht wechseln kann und dann ich natürlich das Laufduell gegen einen Gegenspieler verliere, der näher dran ist, obwohl ich eigentlich einen Spieler hätte, der näher dran ist. Im Ultimate-Team-Modus gibt es aktive Veränderungen und zwar wurde ja der Division-Rivals-Modus an sich frei ausgetragen, dass man ja am Anfang noch die Gegner sehen konnte. Das wurde ja nach und nach gepatcht. Jetzt ähnelt sich der Division-Rivals-Modus mehr und mehr der Weekend League. Jetzt ist es nämlich auch so, dass der Spieler selber immer auf der linken Seite angezeigt wird, sprich auf der Heimseite, auch bei dem Teammanagement und alles drum und dran. Die Chemie-Einflüsse von Einwechselspielern oder so werden nämlich auch angezeigt und ja, das heißt im Ultimate-Team-Modus haben wir bisher eigentlich nur Aufhübschungen und grafische Elemente, die im Endeffekt gepatcht werden. Zu guter Letzt der Karrieremodus. Wenn man jetzt an Karrieremodus denkt, werden glaube ich alle, die den Karrieremodus spielen, sich überlegen, okay, da gibt es wahrscheinlich eine ganze Menge, das man patchen könnte, damit der Karrieremodus mal gescheit wird, ich muss euch leider enttäuschen, denn hier merkt man wieder ein bisschen, dass EA wirklich andere Prioritäten hat als den Modus, weil nämlich das Einzige, was gepatcht wird, ist so gesehen, dass man den Karrieremodus überhaupt spielen kann. Es gab verschiedene Fehler durch verschiedene Einstellungen, dass man dadurch, dass das Spiel im Menü hängen geblieben ist, dass das Spiel gar überhaupt ewig geladen hat oder man irgendwie bei einem, da gibt es ja diese chinesische Liga, wo es auch irgendwie ein Fehler drin war, dass man dann sogar tatsächlich einfach irgendwie einfach gekickt wird. Das heißt, man wird einfach gefeuert ohne Grund. Und natürlich die Tatsache, dass man gar sogar das Spiel immer wieder neu starten muss, weil es einfach nicht funktioniert. Und ich glaube, für Leute, die sehr, sehr gerne den Karrieremodus spielen, sind die letzten zwei Monate komplette Verschwendungen gewesen. Ich will es jetzt nicht übertreiben, ich bin selber kein aktiver Karrieremodus-Spieler, aber ich glaube, ganz so zufrieden seid ihr alle nicht. Und ich hoffe, dass da EA auf jeden Fall einen Schritt weitermacht, gebt weiterhin Gas, seid in den Foren aktiv, denn EA scheint hin und wieder auch mal hinzuhören. Dementsprechend auch einen Daumen hoch an EA, dass sie da immer noch was machen. Vielleicht sollte man einfach nur, bevor das Spiel rauskommt, schon einige dieser Sachen lösen, damit das Spiel nicht so rüberkommt wie eine Beta-Phase. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, teilt das Video vielleicht, wenn es Leute gibt, die noch nicht wissen, was in dem Patch irgendwie abgeht. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Und schreibt doch mal in die Kommentare rein, was ihr von diesem Patch haltet und was ihr allgemein davon haltet, ob ihr zufrieden seid mit dem, was wir geboten bekommen haben. In diesem Sinne verabschiede ich mich hier auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Sollten euch solche News-Videos gefallen, wie gesagt, Daumen hoch, teilen und am besten abonniert diesen Kanal, denn wenn es gut ankommt, machen wir mehr daraus. Dankeschön. Sollte